Ich widersetze mich den Punktsprüchen. Auch. Ja, das hab ich auch gemacht. Obwohl kommt keine Strafe. Ja, ich hoffe! Alter! Oh! Der hat schon mal zu mir und wir haben ja gesagt... Oh, fuck, ey! Wann wird die Reife so komplett gelb? Alter! Alter, was ist denn jetzt schief mit euch? Wieso krieg ich jetzt wieder die Strafen, nur weil die rausgeschmissen werden? Ey, Alter! Oh, Mann! Ja, geht noch. Bist du Depper?